Man kommt nicht als unbeschriebenes Blatt zur Welt. Die Vorstellung gab es ja auch mal, dass man sozusagen als Tabula Rasa zur Welt kommt und entweder zum Geschäftsmann oder Frau oder zur Kriminellen wird, je nachdem, welche Umwelterfahrungen man macht, so ist es nicht ganz. Wie frei bin ich eigentlich, mich so zu entwickeln, wie ich möchte? Herzlich willkommen zum DFG-Exkursgespräch, heute mit Frau Prof. Dr. Wiebke Bleidorn. Frau Bleidorn ist Persönlichkeitspsychologin und hat in ihrer Karriere nach Deutschland, den Niederlanden, USA, jetzt einen Lehrstuhl in Zürich, an der Universität Zürich, dort am Psychologischen Institut für Differenzielle Psychologie und Diagnostik. Hallo, liebe Frau Bleidorn. Hallo, ja, und vielen Dank für die Einladung. Die Frage, die wir heute aufgemacht haben, wie frei bin ich eigentlich, mich so zu entwickeln, wie ich möchte, die klingt so, als ob es vielleicht gar keine Freiheit gibt, die Person zu sein, die ich bin. Können Sie uns gleich am Anfang retten und sagen, nein, nein, man hat ein bisschen Einfluss auf die eigene Persönlichkeit? Ja, die Rettung gibt es gleich. Also, wobei man sagen muss, man kommt nicht als unbeschriebenes Blatt zur Welt. Die Vorstellung gab es ja auch mal, dass man sozusagen als Tabula rasa zur Welt kommt und entweder zum Geschäftsmann oder Frau oder zur Kriminellen wird, je nachdem, irgendwelche Umwelterfahrungen man macht, so ist es nicht ganz. Wir kommen mit bestimmten Anlagen zur Welt, die dann auch unsere Persönlichkeit beeinflussen. Und natürlich werden wir auch in eine Umwelt geboren, die auch einen Einfluss darauf hat, wie wir uns entwickeln. Weil ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen mit einem vielleicht einer Architektin oder einem Architekten, die ein Haus bauen soll. Diese Person hat dann eben auch ein bestimmtes Budget, bestimmte Vorgaben, aber innerhalb dessen kann man sich dann doch entwickeln. Und so ähnlich ist das auch mit unserer Persönlichkeit. Und wie viel Prozent machen jetzt unsere Gene aus und wie viel Prozent die Umwelt, in die wir hineinwachsen? Also da gibt es ganz gute Studien zu, verhaltensgenetische Studien zeigen, dass, naja, wenn man so für Messfehler kontrolliert, dass ungefähr 50 Prozent der Unterschiede in unserer Persönlichkeit durch Unterschiede in unseren Genen erklärt werden kann. Also das heißt hier, dass Unterschiede zwischen Personen eben auch Unterschiede in ihren Genen erklärt werden können. Und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass etwa 50 Prozent unserer Persönlichkeitsunterschiede mit unterschieden in unseren Umwelterfahrungen zu kriegen haben. Das heißt, es gibt eine gewisse genetische Prädisposition. Wenn ich das mal mit unserer Körpergröße vergleiche, die liegt in westlichen Gesellschaften, liegt da der Anteil der genetischen Einflüsse bei etwa 90 Prozent. Also da ist ein bisschen mehr Spielraum schon verglichen jetzt mit, sagen wir mal, unserer Körpergröße zum Beispiel. Ah, um das nochmal runterzubrechen, das heißt also, wie groß ich werde, darauf habe ich wenig Einfluss, vielleicht ein bisschen über Ernährung und dergleichen, nur 10 Prozent. Aber was ich für eine Persönlichkeit entwickle, da habe ich einen viel größeren Einfluss. 50 Prozent liegt quasi in der Hand der Umwelt oder auch vielleicht irgendwann dann in meiner, je nachdem, wie reflektiert ich bin. Genau, also die Frage, ob es in Ihrer oder in der Umwelt liegt, das ist natürlich noch eine andere, wie viel Einfluss Sie darüber haben. Aber es ist eben nicht alles sozusagen von Anfang an festgelegt. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei unserem Leben nochmal ganz zurückspulen würden und von vorne anfangen würden und mit den gleichen genetischen Voraussetzungen starten, dann kommen wir sehr wahrscheinlich auf derselben Körpergröße an, aber nicht unbedingt exakt bei derselben Persönlichkeit, die wir jetzt haben. Jetzt wird es spannend. Wenn eine Persönlichkeitspsychologin wie Sie denn dann über Persönlichkeit spricht, was meint sie denn? Also über welche Eigenschaften sprechen wir? Es gibt verschiedene Definitionen unserer Persönlichkeit. Eine ganz allgemeine ist, dass Persönlichkeit das relativ stabile Muster im Erleben, Denken und Fühlen ist. Also so einer Triade, kann man sagen, relativ umfassend. Und wenn wir uns jetzt fragen, was für Eigenschaften das sind, dann sind das natürlich sehr viele, auf die diese Definition jetzt zutreffen würde. Und ein Forschungsgegenstand, mit dem sich unser Feld im letzten Jahrhundert vor allem sehr beschäftigt hat, ist, wie viele Eigenschaftsdimensionen braucht man eigentlich, um unsere Persönlichkeit umfassend, aber sparsam zu beschreiben. Denn ich könnte jetzt ja Sie in ganz vielen Arten und Weisen beschreiben, die wichtig sind, vielleicht mehr oder weniger. Wie viele braucht man denn? Und das hat man zum Beispiel auch bei der Intelligenz gemacht und ist darauf gekommen, dass eigentlich eine Dimension ausreicht, um eine gute Idee zu bekommen, wie intelligent jemand ist. Und das bezeichnet man als IQ. Bei nicht kognitiven Persönlichkeitseigenschaften sieht das anders aus. Da reicht nicht nur eine Dimension. Da reicht nicht nur, der Herr Büchse hat eine gute oder schlechte Persönlichkeit. Das kann man natürlich auch machen, aber da verliert man viel Information. Und wir haben gefunden, dass fünf Eigenschaftsbereiche eine gute Größe sind. Und diese fünf Dimensionen, die werden als Big Five auch bezeichnet. Da behandelt es sich um zum einen Extraversion, vielen vielleicht bekannt, viele nennen das auch Extroversion umgangssprachlich, aber in der Psychologie nennen wir das Extraversion. Und das beschreibt, wie gesellig aus sich herausgehend Menschen sind. Da kann man also eine höhere oder niedrigere Ausprägung haben. Introvertierte Personen zum Beispiel, die bleiben auch gerne mal zu Hause und lesen ein Buch und gehen weniger gerne auf eine Party. Eine weitere Eigenschaft, die zweite wäre emotionale Stabilität. Also wie ruhig und gelassen sie bleiben, auch wenn es mal stressig wird. Während der andere Pol hier als Neurotizismus oft bezeichnet wird. Und das ist, wie viel negativen Effekt wir eigentlich erleben, wenn wir Stress haben, aber auch vielleicht ohne objektiven Stress, wie viel Sorgen wir uns zum Beispiel machen. Die dritte Eigenschaft ist Offenheit für Erfahrungen. Das beschreibt, wie neugierig sie sind, wie interessiert sie sind an verschiedenen Dingen und an neuen Erfahrungen, Ideen, Werten vielleicht auch. Die vierte Eigenschaft ist Verträglichkeit. Also wie freundlich sie sind, manchmal auch als Freundlichkeit tatsächlich bezeichnet. Harmonie bedürftig aber auch. Also verträgliche Menschen, die sind eher nicht für einen Streit auch mal zu haben, während antagonistische Personen davon nicht scheuen. Und Gewissenhaftigkeit, die fünfte, beschreibt, wie zielorientiert sie arbeiten, ordnungsliebend sie sind und wie zuverlässig sie sind. Genau. Okay, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Was sind die fünf Eigenschaften, wenn Sie die haben? Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Fünf, Sie nannten sie auch die Big Five. Ich dachte ja zuerst an Löwe, Giraffe, Elefant und Co. Aber schön, dass es auch in der Psychologie fünf große gibt. Also das war im ersten Schritt die Extraversion, also die Frage, wie gesellig ich bin, wie im Umgangssprachlichen extrovertiert ich bin. Dann das zweite war die emotionale Stabilität mit dem Kontrapunkt Neurotizismus. Wie viele Sorgen mache ich mir? Wie verletzlich bin ich vielleicht? Oder sensibel. Dann nannten sie die Offenheit für neue Erfahrungen, also wie aufgeschlossen ich bin. Und der vierte Punkt war die Verträglichkeit, also wie freundlich ich bin, wie viel Rücksicht ich nehme und Empathie vielleicht habe. Und zuletzt gab es noch die Gewissenhaftigkeit, also Ordnungsliebe, Zuverlässigkeit, Perfektionismus hätte ich jetzt darunter gesammelt. Das sind die fünf? Genau, und das sind die fünf und Sie haben es jetzt auch so schön beschrieben, die umfassen sehr viele Aspekte. Das sind keine ganz eng gefassten Bereiche, aber damit kann man eine Person recht umfassend beschreiben und von anderen Personen eben wiederum unterscheiden. Sie müssen ja sagen, Frau Bleidorn, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, ist man dann nicht dauernd als Expertin auch dabei, Leute ein bisschen einzusortieren, diesen einzelnen Eigenschaften. Ja, tatsächlich macht man das ganz automatisch, das ist, glaube ich, dann so eine Berufskrankheit, aber ich würde sagen, nicht eine schlimme, sondern eher eine, die auch nicht Psychologinnen und Psychologen intuitiv machen. Denn wir bilden uns schon ganz schnell ja ein Bild von der Persönlichkeit, das ist adaptiv, wir wollen wissen, mit wem wir es uns zu tun haben. Der Unterschied ist, dass man mit diesem Big Five auch eine Sprache dafür hat und ein Schema, in dem das dann einfacher geht. Das kann ja auch ganz viel Verständnis wecken, weil man sich bewusst macht, oh, da ist jemand nicht so offen oder da ist jemand sehr gewissenhaft, braucht deswegen jetzt vielleicht gerade mehr Zeit oder man kann schnell ein Verständnis entwickeln, wenn man versteht, wie jemand anderes tickt oder dessen Persönlichkeit funktioniert. Genau, das ist richtig. Und in der ursprünglichen Form, wie diese Big Five entstanden sind und darüber auch dazu geforscht wurde, ist auch ganz klar die Aussage, dass diese Neutralen den nicht-pathologischen Bereich abdecken sollen. Es geht hier nicht darum, problematisches Verhalten zu beschreiben, auch hoch oder niedrig. Die Fragebögen, die wir zum Beispiel nutzen, selbst wenn man da einen sehr hohen Wert hat auf Neurotizismus, sagen wir mal, bedeutet das nicht, dass man notwendigerweise viele Probleme hat, sondern das kann dann immer noch, das beschreibt dann immer noch sozusagen die Population, die jetzt nicht eine Diagnose hat mit einer psychischen Störung zum Beispiel. Das ist ganz wichtig. Jetzt ist aber unsere Leitfrage heute, wie frei ich bin, mich so zu entwickeln, wie ich möchte. Das heißt, kann ich auf diese Persönlichkeitseigenschaften Einfluss nehmen? Wie geht das? Diese Frage, das ist eine sehr gute, wurde erst mal lange gar nicht erforscht. Denn ich habe ja eben schon die Definition genannt, in der das Wort stabil drinsteckt ist. Und tatsächlich ist traditionell die Annahme vorherrschend gewesen in unserem Feld, dass Persönlichkeitseigenschaften hochstabil sind, sich die ganze Entwicklung eigentlich in der Kindheit abspielt, vielleicht noch in der Adoleszenz, aber mit spätestens 30 Jahren ist das abgeschlossen. Und danach gab es die sogenannte Gipshypothese, die besagt hat, danach ist die Persönlichkeit wie in Gips gegossen. Da kann man dann auch nichts mehr machen, außer mit einem Hammer draufhauen. Also wirklich ganz rein tatsächlich faktisch gesehen, wirklich nur noch biologische, traumatische Änderungen können dann zu einer Persönlichkeitsänderung führen. In den letzten 20 Jahren hat sich das sehr geändert. Seitdem gab es sehr viel Forschung zur Persönlichkeitsentwicklung über die gesamte Lebensspanne. Auch wir in meinem eigenen Labor haben sehr viel Arbeiten dazu gemacht. Zum Beispiel haben wir erst vor zwei Jahren eine groß angelegte Meta-Analyse publiziert, in der wir die gesamte Literatur zusammengefasst haben. Das heißt, alle Studien, die wir finden konnten, in denen Persönlichkeitseigenschaften über die Zeit mehrfach an verschiedenen Stichproben, verschiedenen Alters erhoben wurden. Und das hat uns erlaubt, auch über die gesamte Altersspanne zu schauen, wie viele Veränderungen gibt es denn noch. Das kann man eben nicht gut in einer Studie machen, sondern mit so einer Meta-Analyse, da hatten wir eben tatsächlich über 300.000 Personen dann auch zusammen drin. In über 200 Studien oder 250 Studien haben wir die Ergebnisse zusammengefasst und haben gefunden, dass das eben ein Mythos ist, dass sich die Persönlichkeit nicht mehr verändert. Tatsächlich ist es so, dass sich die Persönlichkeit über die gesamte Lebensspanne noch verändern kann, wobei die bedeutendsten Veränderungen tatsächlich im jungen Erwachsenenalter vorkommen. Ist das nicht falsch? Vor allem zwischen 18 und 30 Jahren würde ich sagen, da ist die Action. Da passiert am meisten. Aber auch im wohnen Alter gibt es noch Veränderungen. Was wir gefunden haben, und das ist das Interessante vielleicht, dass es auch normative Muster gibt. Also in den Stichproben, die wir untersucht haben, dazu muss man sagen, das sind hauptsächlich natürlich westliche Stichproben. Es gibt leider wenig Forschung an nicht westlichen Stichproben. Aber in diesen Stichproben ist es so, dass sich die durchschnittliche Person zwischen dem 18. und 30. Lebensjahr wirklich sehr verändert. Und zwar vor allem in ihrer emotionalen Stabilität, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Und die gute Nachricht ist, wir nehmen alle, scheinbar oder zumindest die meisten von uns, nicht alle, zu in diesen Eigenschaften. Wir werden also gewissenhafter, emotional stabiler und verträglicher. Und verträglicher. Und das, sagten Sie, das ist eine Tendenz zwischen 18 und 30. Und wie sieht es dann nach dem 30. Lebensjahr aus? Entwickelt sich das bei diesen drei Eickenschaften weiter in eine positive Richtung? Bei der Verträglichkeit spielt sich das so ein bisschen ein. Da gibt es nicht mehr so viele Veränderungen. Was wir gefunden haben, ist, dass es in der Gewissenhaftigkeit so ist, dass es etwa bis zum 65. Lebensjahr noch weitere leichte Anstiege gibt und dann eine Abnahme. Das nennen wir auch den Deutsche Vita-Effekt. Das geht nämlich sehr schön mit der Verrentung einher. Also scheinbar ist es so, dass dann irgendwie auch mal fünfe gerade gelassen werden und die Gewissenhaftigkeit abnimmt. Also ob das damit zusammenhängt, ist natürlich eine andere Frage. Aber es sieht so aus nach so einem kurvilinearen Verlauf. Also es gibt eine Zunahme und später wieder eine Abnahme. Dies ist aber etwas leichter. Das Interessante ist, dass wir entgegen unserer Annahmen und auch theoretischen Annahmen über die gesamte Lebensspanne emotional stabiler werden. Also wir haben tatsächlich bis ins hohe Erwachsenenalter gefunden, dass es leichte Zunahmen gibt in emotionaler Stabilität. Wir also gelassener werden, ruhiger werden, weniger gestresst werden. Und auch das pflanzt sich, wenn auch nicht ganz so stark wie im jungen Erwachsenenalter, scheinbar bis ins hohe Erwachsenenalter fort. Also die Entwicklung finde ich total spannend. Ich frage mich jetzt aber, wie kann ich Einfluss nehmen? Also wenn ich jetzt mich ganz bewusst entwickeln will und nicht nur im Mittel, zum Beispiel, weil ich sage, also ich lese gerne Bücher, aber ich würde mich vielleicht doch auch gerne öfter trauen, auf eine Party zu gehen und da Energie und Lust gewinnen dabei. Wie könnte ich mal bei dem Punkt extra Version meine Persönlichkeit verändern? Bitch. Da gibt es, die Forschung ist natürlich sehr jung, müssen Sie sich vorstellen, natürlich lange Zeit erst mal gar keine Forschung. Jetzt die Idee, aha, es gibt Veränderungen. Und erst in den letzten zehn Jahren gibt es nun in der Persönlichkeitspsychologie selber Studien dazu. Man muss sagen, es gibt schon gute Evidenz aus der Psychotherapie-Forschung, die zeigt, auch Psychotherapie hat einen Einfluss auf Persönlichkeitseigenschaften. Aber auch in unserem Feld gibt es jetzt Ansätze und es scheint so zu sein, dass eine gängige Annahme ist, dass sie zunächst mal ihr Verhalten ändern und dass dann ihre Eigenschaft schon folgen wird. Dass sie also mal anfangen, sich selber vorzunehmen. Also ich weiß, es ist nicht in mir drin, es fühlt sich nicht gut an, es ist nicht meine Persönlichkeit, aber ich gehe heute trotzdem mal auf eine Party und lasse mich darauf ein. Und je häufiger sie solche Verhaltensweisen zeigen und da positive Erlebnisse sammeln, so die Annahme, wird es so sein, dass sie zunehmend eben auch lernen, dass es mit positiven Konsequenzen verbunden ist. Und wenn ich sie dann, sagen wir mal, nach einem Jahr nochmal fragen würde, wie extravertiert sie sind, dass sie dann sich selber auch als extravertierter beschreiben würden. Um das mal ganz vereinfacht zu sagen. Also die Annahme ist, dass ich sozusagen Persönlichkeit üben kann. Genauso mit Gewissenhaftigkeit oder auch emotionaler Stabilität. Also Versuche zu lernen zum Beispiel, in stressigen Situationen meine vielleicht eher irrationalen Sorgen durch Gedanken zu ersetzen, die vielleicht weniger irrational sind und adaptiver. Das bedeutet, die Persönlichkeit folgt dem Handeln. Das ist eine Theorie. Also es gibt auch noch andere Theorien. Wie gesagt, wir befinden uns hier sehr am Anfang einer Forschung, in der wir das noch testen. Eine andere alternative Annahme ist, dass sie sozusagen top-down sagen, ich, Johannes Birx, bin ab morgen ein extravertierter Mensch. Ich weiß, was das bedeutet. Ich nehme mir das vor, ja. Ich habe mir das kognitiv überlegt. Ich kenne die Konsequenzen. Es könnte sein, dass wenn sie sozusagen diese Diskrepanz zwischen dem, der sie sind und dem, der sie sein wollen, feststellen, diese auch überwinden können. Dafür gibt es weniger gute Belege, muss man sagen. Das heißt, für die Alternative, dass man sich erst so verhält, denkt und fühlt und dass die Eigenschaft folgt, gibt es bessere Belege, wobei ich das andere nicht ausschließen möchte. Schnell. Spannend. Wenn sie jetzt nun aber sagen, das liegt mir beides nicht. Ich komme aus meiner Haut nicht raus. Also das kennt man ja vielleicht. Also für, ich glaube, für viele Personen, die, ich weiß nicht, für emotionale Stabilität ist das so eine Sache. Das kann man sich ja schön vornehmen. Aber wenn man dann gestresst ist, in dem Moment ist ja nichts schlimmer, als wenn einem dann noch jemand sagt, jetzt entspann dich doch mal. Ja, also kann ja, das ist wirklich kaum aushaltbar. Das heißt, das kann auch sein, dass es vielleicht einfach nicht geht. Wenn Leben so ist und Sie denken, okay, ich bin trotzdem unzufrieden, wäre vielleicht eine Alternative, sich zu überlegen, vielleicht meine ideale Persönlichkeit meiner aktuellen, die ich nun mal habe, anzupassen und zu sagen, vielleicht kann ich mich einfach besser akzeptieren als Person, so wie ich bin. Das wäre eine Alternative. Das ist aber ja fast ein fauler Trick. Also ich verändere die Ziele und dann habe ich sie erreicht. Ja, tatsächlich aber gibt es ganz gute Studien dazu und da auch schon wirklich alte, klassisches Studien, die zeigen, dass die Zufriedenheit bei solchen Therapieformen zum Beispiel am Ende eine eher gleiche ist wie mit der Zufriedenheit, wenn man sich selber verändert hat, beziehungsweise das Bedürfnis danach, eine Psychotherapie zu machen oder sich zu verändern, ist eben genauso reduziert, was ja dann im Prinzip auch in Ordnung ist. Ich finde es ein total schlauer Gedanke, wenn es darum geht, jetzt Zufriedenheit zu bekommen und man dann sich befreit von dem Begehr, anders zu sein, aber danach genauso zufrieden ist, weil ich mich anders akzeptieren kann, als ich bin, dann habe ich es vielleicht sogar ganz schnell erreicht und es ist nur ein anderes Denkmuster und ein anderes Bewusstsein, was ich brauche zu meiner Persönlichkeit. Gibt es noch mehr faule Tricks, die abkürzen? Naja, oder die Abkürzungsbeziehung, also einfach ist das alles nicht, um das vielleicht auch kurz noch einschränkend zu sagen, die Tatsache, dass unsere Persönlichkeit relativ stabil ist, die hat ja eine Funktion, denn nichts wäre stressiger, wenn Sie vielleicht einen Partner haben, der wacht jeden Morgen mit einer anderen Persönlichkeit auf, das ja kaum auszuhalten. Also das will man ja nicht, denn das heißt, es gibt ja auch stabilisierende Faktoren, andere möchten auch, dass man stabil und vorhersagbar bleibt, auch das ist wichtig und das ist auch gesund und wir werden ja auch in viele Rollen und Situationen eben beselektiert, aufgrund unserer Persönlichkeit. Wenn die jetzt auf einmal anders ist, kann das zu Problemen führen. Dementsprechend ist Persönlichkeitsentwicklung was, was nur langsam geht, viel Arbeit auch ist und nicht von heute auf morgen zu schaffen ist. Aber auch das mit dem Akzeptieren ist sicherlich auch nicht von heute auf morgen gemacht, sondern erfordert viel Anleitung, auch vielleicht sogar noch mehr und kann auch manchmal nicht funktionieren, weil vielleicht jetzt auch selbst, wenn ich mich jetzt akzeptiere, aber mein Umfeld mir immer noch sagt, also es ist ja schön, dass für dich das in Ordnung ist, dass du immer nicht zu unseren Terminen pünktlich kommst und wieder mit okay bist. Für uns ist das nicht so. Aber wenn das auch so ist, dass die Probleme bestehen bleiben, ist es natürlich auch noch eine Option, die Umwelt zu wechseln, in der man ist, weil das eben auch sein kann, dass man vielleicht einfach nicht richtig seine Nische gefunden hat und vielleicht seine Persönlichkeit hier gar nicht so gut reinpasst und dementsprechend problematisch ist. Das kann sicherlich eine Lösung sein. Und dann ist vielleicht ein Wechsel der Arbeitsstelle oder vielleicht auch das bewusste Suchen nach neuen Freunden und das Verlassen von toxischen Beziehungen ein Weg. Genau, es kann ja eine sehr dramatische Änderung sein, aber es kann eben auch vielleicht nur sein, dass man seine Umwelt entsprechend anpasst oder ändert. Um jetzt nochmal das Größenbeispiel zu bringen, also in unserer Küche komme ich an das oberste Fach nicht ran und daran werde ich dann eben auch nichts ändern können. Und meine Option ist dann halt, dass wir jetzt so einen Tritt dort haben, so eine Stufe, mit der ich das auch erreichen kann. Und auch das ist eine Umweltveränderung. Und auch solche kleinen Änderungen können vielleicht schon helfen, um mit seiner Persönlichkeit besser zurechtzukommen, wenn man die identifiziert und dann eben auch modifiziert. Ja, oder man packt in dieses oberste Fach irgendetwas hinein, was man eigentlich gerne seltener in der Hand hat. Süßigkeiten oder Suchtmittel, Kaffee oder sowas, was man sich eh abgefühlt will. Ja, genau. Haben Sie zum Schluss vielleicht noch einen ganz konkreten Tipp, was ich tun kann, wenn ich mich weiterentwickeln will in meiner Persönlichkeit, Frau Pleidorn? Also ich glaube, der erste wichtige Schritt, zumindest wie wir es in Studien sehen, ist, dass man sich darüber selber bewusst wird, wo dann eigentlich die Diskrepanzen sind zwischen dem, der man oder die man ist und dem, der oder die man sein möchte. Und wenn man das gemacht hat und mal für sich so artikuliert und reflektiert hat, vielleicht selber sich so ein bisschen herausfordert und mal sozusagen die Grenzen testet. Das kann gar nicht schlecht sein und ist, glaube ich, auch für jeden leicht durchführbar. Also um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn Sie denken, Sie würden auch gerne ein bisschen offener für Erfahrung sein, vielleicht beim nächsten Mal im Restaurant auf der Speisekarte dann doch das unbekannte Gericht bestellen. Das kann schon der erste Schritt zu mehr Offenheit sein. Dann, vielen Dank dafür. Guten Appetit möchte ich hinterher schicken. Es war total spannend, Frau Pleidorn. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch viele Vertiefungssitzungen braucht, um da in die Nähe zu kommen, dessen, was möglich ist. Denn wenn man mit einem unbekannten Gericht anfängt, was ist danach noch alles machbar? Also nochmal herzlichen Dank, Frau Pleidorn, für diesen Einblick in Ihre Forschung. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.